Du nimmst sie jetzt? Nein! Mario, du nimmst sie jetzt! Mario! Oh nein! Nein, ich komm hier nicht mehr raus! Nein! 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 Ey, böse, aus! Ich will sie nicht! Nein! Nein! Oh, Glückwunsch! Ey, cool! Den hast du beschlossen! Komm! Warte! Verschwinde! Warte, den Pfeil will ich haben! Nein! Nimm mit dem Pfeil, Mario! Nimm ihn dir! Ja! Da ist noch ein Pfeil, Mario! Michi, nein! Ich bin Spitzhacke für Mario! Aha! Spitzhacke! Die ist für Mario! Gib sie wieder her! Hab ich die auch gebraucht? Ja! Da liegt sie! Ach du Scheiße! Was wollt? Ach ja! Du kannst sie auch gerne benutzen, aber dann musst du sie auch kaputt machen! Nein! Ja! Nein, nein! 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 Das funktioniert nicht! Neiin! Ich hab vier Herzen weniger, ich hab nichts mehr zu essen. Ich hab Kartoffeln. Ja, ich pflanze auch mal, aber es dauert auch ein bisschen. Ja! Nein! Ach du dreckiger, du, ey. Okay, da kommst du nicht mehr weg. Verdammt, warum ist der cool da um so lange? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ja, Prumpel, du kannst es nicht wieder weglegen, du musst jetzt verbrauchen. Mario! Nein, das geht nicht! Doch, du machst das jetzt! Nein! Ich will aber nicht! Mario! Ich hab Angst! Sei brav! Kannst du schon Mario, alles gut! Nimm diese Spitzhacke! Nimm und gebrauche sie! Ich kann das den ganzen Tag! Nein! Nein! Oh, oh! Nein! Kann der Zombie den nicht aufnehmen? Manchmal schon! Ja! Aber ich glaub nicht auf easy! Ich hab ja ein anderes Problem! Wie krieg ich hier ein Treppengeländer hin, ohne hier an der Seite den Weg hier zu blockieren? Und die Treppe soll möglichst breit bleiben! Ja, ich höre Stefan! Ja, keine Ahnung! Hm... Ich würde einfach keins machen! Gut! Dann wäre das auch geklärt! Jetzt fällt mir wieder ein, was ich craften wollte! Och nein! Ernsthaft? Ver-piss dich! Nein! Nein! Du musst die benutzen, ne? Du kannst nicht anders! Du musst! Mario, du musst die benutzen! Mario, du musst die benutzen! Mario, du musst die benutzen! Ja, du! Mario, nein! Böse! Ich will nicht! Weil das ist einfach die ganze Zeit in der Aufnahme drin! Check von mir! Wenn du das nicht annimmst, dann will ich... Ist das dein scheiß Ernst? Was? Was? Michi! Michi! Michi ist gemütet! Ich glaub... Michi hätt kein Bock mehr von! Glaub ich auch! Achso! Achso, Michi! Du musst sie verbrauchen! Jaaa! Ich weiß nicht, ich hatte die immer wieder zu mir! Kannst du die zu mir zum Schweigen bringen? Da! Könnte ich! Jaaa! So, jetzt Moment! Ähm... Wirf sie nicht weg! Das ist mit goldenen Karappen! Sind noch 20 Stück da! Okay! Und ich hab... Äh... Ich hab so eine extra Kiste Larpis neben den Verzauberungstechen gestellt! Hm! Das hat mich schon ein bisschen gehaft, dass da... Dass ich immer den Larpis vergesse! Weil das bei dir das nicht bedient habe! Ich hab's auch zurück... Das hab ich auch zurückgegeben! Ich hab sogar Mario die... Die scheiß... Äh... Zwei... Eisen wieder zurückgegeben, nachdem er sich so beschwert hat! Das war keine Beschwerde! Doch! Reitet ihr euch jetzt immer noch? Ah, ich hab mich wieder zurückgegeben! Nein, die beiden! Keine Ahnung! Ne, ne, ich bin zufrieden! Keiner Mann, Spitzack! Vielleicht könnte man sowas hier machen! Moment! Sie ist grad nicht! Warte, ich brauche das hier noch kurz auf der Seite zu Ende! Äh... Michi? Oh... Kein Bock mehr! Oh... Was? Aber Michi! Ja! Sieht man nicht! Ganz schön schon! Ja, guck mal Mario! So was hier könnte man mit dem Geländer machen! Ist das nicht mehr wieder Michi? Hm... Weiß nicht! Ja, könntest du wissen! Stefan! Er kommt wieder! Slabs machen! Wo würde das mit Slabs... Ja, gut! Ich wollte es halt eben so, dass man halt hier immer noch... ...theoretisch lang könnte! Ach so! Ja, okay dann nicht! Dann würde ich es einfach komplett weglassen! Willst du das Material haben? Kannst du behalten! So, ähm... Stefan, sollen wir eben... ...die Röhren ausheben in Richtung... ...Strecke? Wow! Vorsicht, Creeper ist auch mit am Start! Okay! Ich hab nur noch... ...drei Tage Herzen! Wo hast du noch nicht? Ja, boah, ich hab jetzt irgendwie Verbindung... ...also halt eine Verbindung, aber ich hab jetzt endlich... ...schön... ...ich... ...keinen richtigen Weg zum Laufwort, aber ich... ...ähm... ...es ist wenigstens schön aus... ...bord, dass man mit dem Pferd schön... ...weiten kann! Was machst du was, Stefan? Was? Was du grad machst! Ich mach hier nix! Oh, das ist der Creeper! Guck dir bei der Arbeit zu! Oh, das ist der Creeper! Oh, das ist der Creeper! Der ist jetzt hin... ...der kommt jetzt gleich hinter dir runter! Ha! Was? Nix! Ach, du hast mir der Teil wieder... Ah, noch ein Creeper! Ja, ich bin nochmal weg! Ich weiß nicht, ob ich heute noch wieder komme, ne? Okay... Tschüss, Michi! Michi! Ja? Du verpasst jetzt auch mal, wie wir den Tunnel zusammenfügen! Ja und? Solange, wenn ich wieder komme, ich wieder zurückfahren kann... Hey! Er kann sich's doch angucken auf YouTube! Genau, ich seh's ja auf YouTube! Neue oder so oder wahrscheinlich! Ja, Livestream, ne? Also bis später mal! Vielleicht... Döööööö! Öööööööööööh! Ah... Hashtag Pray for Michi! Er wiederkommt! Michi, bist du noch da? Ob er nicht! Also auf dem TS ist er new gemutet. Er spricht dafür, dass der PC noch an ist, und er wahrscheinlich nicht später wiederkommt! wahrscheinlich schon ja hier kommt wieder konfirmt sag mal stefan mit den hoppern kannst du nur nach unten immer gehen oder und seitlich aber nach oben kannst du nix transportieren oder da müsstest du dann dropper nehmen brauchen aber redstone bist du gerade in der nähe von meiner hütte 1 ich aufgefallen dass ihr gar nicht darum gebeten habt dass man hier fänden soll ist doch tag ja davor war nacht ja jetzt ist tag aber gar nicht tag aber es ist tag christian das macht überhaupt gar keinen sinn aber es ist doch tag ist ja aber jetzt ist doch tag ich war da zu sehr mit einer spitzhacke beschäftigt ich hoffe du hast sie noch nein dein ernst ich habe sehr großen spaß damit okay gut benutzt du sie auch aber du musst sie doch auch benutzen also wenn du sie nicht benutzt dann sehe ich das als eine sehr große beleidigung da befinden wir uns leider im krieg das wäre nicht mein erster micrash krieg ja war dein erster krieg gegen jemanden der auch was drauf hat was drauf hat das denn heißen da auch was drauf mario das dorf hatte viele verluste einzunehmen ja jetzt habe ich es gezeigt also mario nutzt du jetzt die spitzhacke oder nicht schild aufgestellt welches sich an die schandtat erinnert was war mit der schandtat wie du gemacht hast bei mir aus der tnt überhänge platziert und ich bin da drauf gelaufen wenn ich das nicht wusste soweit ich mich daran erinnere war das nur eine stelle ja aber es ist groß was kaputt gegangen ja das war weil ich nicht wusste dass dnt so eine auswirkung hatte da kam es ja am update rein ja dann wieder so raus reden es ist der wahrheit ja war es ist vorne der wahrheit ich schwör dass das der wahrheit ist egal ist es trotzdem scheiße kann man eigentlich bewusst den buchstall selber herstellen ja mit 1 mit ranken kranken 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 so bärmkranken sagst du stimmt das nicht das ist ja ich habe hier noch ein lach mit labe heute meine schade Oha Was ist das? wir haben jetzt schon fast kurz vor 10? ja 20 vor 10 ah ist egal in 5 Minuten ist es eh 10 also in den 5 Minuten hat gerade ebenso sogar kurz nach 8 so ne? seit wann haben wir den? mein urscher doch runter so christian wo ist das eigentlich das Dorf das wüsstest du gern das wüsst du nie erfahren ja wüsste ich auch gern das wäre nett wenn du das mir sagen würdest geht ja ich muss auch noch mal hinlaufen es ist in nordöstlicher richtung von meinem haus aus ok hast du einen weg oder irgendwas egal? ja also halbwegs ich hab da so ein paar fackeln überall in bäumen und auch hier und da holzbrücke ja ich hab zwei holzbrücken ok ah ja ich sehe es ist so eine schräg holzbrücke siehst du ne? ja ich bin gerade auf der oberen holzbrücke die zu so einer insel führt so einer fliegenden oder sowas keine ahnung nee das ist ja das ist eine andere holzbrücke genau aber darunter siehst du auch noch eine holzbrücke ne? ja da gehe ich jetzt lang das ist ja also 750 blöcke waren das au 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 warte warte was kämen liebe mich liebe mich lass mich lieben so funktioniert das auch im wahren Leben liebe mich ja muss nur schreien so hallo ja das ist richtig hi muss hier noch ab und zu mal bisschen kies hinlegen dann ist es schon ok ja ab jetzt kommen auch keine großen fackeln mehr so richtig ach ok also bis jetzt sind wir ja nur nach Osten gelaufen ja es ist so leicht Nordosten jetzt kommst du mehr nördlich quasi in diese Richtung schön laufen 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 dann siehst du schon das Dorf ah ja ich sehe es ich gucke mir an was die alles handeln wollen und dann das ist aber nicht so groß oder? es geht ach jetzt sehe ich mir ok ich habe gerade nur ein Haus gesehen ach ja ist es eine Pistole? ja die geht zum Top ich pisste auf die Gegner Mario kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario sag einfach ja oder nein äh ja ach so darfst du ruhen so wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt ja Tanzverbot ist am Start Zaron die Achterwanne geht so ab ich tänze mit der Gänse 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 ähm du findest so keine Leisheit nein ich glaub nicht oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich bin ich bin ich bin ich bin